Guten Tag, ich bin bei euch auf Klagemauer TV Letzebosch. Ich habe heute ein Ausdruck von Roland Dumas, der mir mehr genau an sich will. Der Roland Dumas, frere französische Minister des Affaires étrangères, wurde an der Fernsehs-Emission «Savoir regard» auf dem Parlamentssender LCP den 5. Juni 2013 gezogen, das zwei Jahre vier um Arabische Freijand, also 2009, ein hohes britischer Regierungsbeamter versucht, hier zu gewinnen für beide Vorbereitungen von einem Krieg in Syrien zu machen, an das am Interesse von Israel. Zitat von Dumas «Eich so nirgelow etwas. Zwei Jahre, je den Gewalttätigkeiten in Syrien aufgefangen haben, waren schon in England. Doch nun ist heisch platziert Regierungsvertreter getroffen, der mir matgedehlt hat,